und hallo ich bin's wieder heute mal Invasion mal gucken wie es mit dem Modus läuft ich weiß nicht ob ich Invasion schon mal gespielt habe vielleicht auch nicht vielleicht ist das auch hier das erste mal und ich sage immer und wie ich merke und ich sage immer äh wie ich auch merke was ich sagen wollte ist mal gucken wie es mit der Leistung aussieht weil ich glaube tatsächlich wenn da solche Multiplayer Modus mit vielen Spielern äh sag ich schon wieder lässt meinen Laptop äh Laptop sag ich schön wär's Laptop oh alter äh Manno äh 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 jetzt meinen Rechner nicht ganz hinterher gucken und das ist und das ist hier noch mehr 40 gegen 40 vorhin waren es 24 und 24 na gut mal gucken wie es mit der leistung aussieht ansonsten muss ich entweder warten bis meine rechner ist meine hatte da gerade keine offene hand wo ist seine waffe oder was er da hat es ist gespawnt ok was ich sagen wollte entweder spiele ich spiele modi die wenig spiele haben oder ich pausiere einfach mal das mod mitten drin was glaube ich keinen großen unterschied macht wenn ich immer monatelang pausen mache und warte einfach ab bis ich vielleicht ein upgrade für meinen laptop für mein computer bekommen kann damit mein damit das spiel gut läuft neben der aufnahme noch ja gegen bots ist das irgendwie viel einfacher ja also ich schaue dann mal wenn ich die aufnahme session beendet habe wie es läuft mit wenn ich nicht aufnehmen und das spiel spiele ansonsten lasse ich halt einfach mal sie wollen ich glaube studieren ja weil das bringt doch sonst nix ich meine da habe ich ja keine freude daran euch was unterhalten zu zeigen wenn ich mich einfach nur die ganze zeit fählen wie das mir ist hier bisschen zu aua toll nein ich hab doch außer natürlich euch gefällt hier was ihr seht dass ich hier so feile und so und und ihr ergötzt euch daran aber sonst komm ich mir dabei blöd vor damit habe ich nichts gesehen weil alles zu schnell ging okay nein immer wenn ich den feind treffen will treffe ich meinen eigenen halt das das ist der ist ein katapult unser katapult ok Es ist ein Trap Oh, oh Oh, komm her Ach, Mann Nein Nein Überfall die Farbe, indem du Bauern tötest, das im Gebäude du anzündest Okay Alter Hä, ich hab doch geblockt Hä Okay Wo ist mein Schwert? Ah Okay Ach komm, ein bisschen Pferde-Action mal, ja? Ich hab zwar keinen Führerschein, aber ach komm Toll, immer, immer Ich treffe... Ey Ey Aua Ach komm, Pferd Wow Stehen bleiben aber nichts, okay Mann Hm Läuft nicht so bei mir Aber ich will dich beckern lassen, lass Ja, wenn Reiter... Bin ich traurig... Nee Wenn Reiter nicht auf ihre Pferde achten, ne Ese Oh, Moment Wenigstens etwas fürs Display, komm Nein Moment Das ist Rocky Hä? Oh Da Abgeschlossen Okay Wo ist mein Schwert? Da Was jetzt? Töte den Kommandanten im Burghof und den Wächter im Kerker Na gut Ich weiß nicht, was der da macht Wenn er friedlich ist, will ich auch friedlich sein Oh Ein, ähm Na, wie heißt das? Messstein? Ah, Armbrust Äh, Ballüste meine ich In den Tod In den Tod Wie guter Tod Wohl eher Tod für mich Au Wow Ich meine Ey Mann Mann Ich dachte, ich kann einfach durchrennen, weil der mich ignoriert eventuell, aber nein Nein Hilfe 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 Ping 88 Ui Hallo, guten Tag Nein 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 HMM Nein 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 Das ist sicher Im Kopf ja was geht denn hier ab? hat jemand eine Feuerbombe? los jetzt rein da so, der Rest wird auch mal kaputt gemacht wenn da einer jetzt eine Feuerbombe reinschmeckt kommt, ich will auch einen hm oh oh ach, ein Abflug es gibt es ok was geht denn hier ab? ok oh wow eine Holztür als Gefängnis na hier das Talent wow was gibt es hier? nix oh auch ein Schnitzmester äh pfu Schnitzmester Mann wo geht es hier hoch? oh Holz hier nicht da Mann ah ich sterbe immer hm hmm dabei habe ich so gut das Parieren trainiert das hat super ach gegen Bots geklappt hm ach ja da geht es nicht hoch ähhhh bum 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 ey toll toll mach doch einen Hieb wow ach ihr Rivale ach also bitte ja als ob du hier plötzlich dement bist und vergessen hast wie wie man kämpft ach so wo 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 war er denn war er hier aber war er da irgendwo oh da scheinbar ist er dort ist das für eine Axt eine einfache Axt hey ach hm ähm g oh oh ne oh 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 yeah Mann, jetzt habe ich dich gesehen, wie der hieß, Manu. Ich glaube, es kann auch sein, dass ich mich doch dazu entscheide, dann offline ein bisschen zu spielen, so richtig. Äh, nicht offline hier, ohne Aufnahme meine ich, dass ich einfach so aus Freizeitbeschäftigungsgründen und aus Neugier vielleicht das Spiel weiterspiele, ohne aufzunehmen und mal zu gucken, wie die Leistung meines Rechners ist. Und, ob ich vielleicht noch besser werden kann, gegen Leute zu spielen. Ach, keine Ahnung. Weil ich stelle mich echt... Naja. Nicht sehr zufriedenstellend an, ich sag's mal so. So, da ist nichts. Da gibt's nichts. Dann geh ich mal da hoch. So. Blö. Ach, ich bin hier draußen. Hier will ich nicht. Gibt's hier unten jemanden, den ich hier alleine bekämpfen kann? Nein. Gut, wie komm ich hier raus? Du musst doch hier irgendwie hoch. Da. In Gang gehen. Duellieren die dich hier? Oder was machen die hier? Hä? Ach so. Du feierst ein Feind. Hm. Okay. Jetzt geht's nicht da jetzt hoch. Jetzt bin ich wieder hier. Geht's hier hoch? Nein. Gut, dann geh ich halt die Leiter hoch. Hä? Hä? Oh Mann. Ich hab nicht geschnallt, dass das ein Feind war. Oh. Nein, ich wollte nicht hier runter. Die Bogenschütze, die gefallen mir nicht. Da geht's jetzt auch nicht durch. Hm. Jetzt. Dammit. Ich bin schon wieder im Sieg, ohne dass ich mich gut fühle. Dammit. Ich sollte vielleicht im Multiplayer das kämpfen. Weil entweder liegt's wirklich an mir und meinen lahmen Reflexen oder daran, dass ich mit den Frames nicht zurechtkomme. Aber gut, das war's für diese Folge. 18 Minuten. Hey, das war ja einigermaßen in Ordnung. Über Folgenlänge her. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.